Intro Hallo Äh ja heute spielen wir ein bisschen Elden Ring Freu ich mich schon derpst drauf Ja, und da ballern wir mal richtig rein. Mal kicken, was das ganze wird. So, das Problem ist nur, ich habe vor 500 Jahren das letzte Mal Elden Ring gespielt, habe zwar 200 Playstunden drin, aber, ja, mal kicken. So, weil das DLC ist rausgekommen und ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe es zwar noch überhaupt nicht ganz durchgespielt, mir fehlen der Ed-Boss und drei weitere Bosse und das ist der erste Run nach wie vor, weil eigentlich müsste ich hier oben, äh, hier, wie heißt das, den Shadow Boss Parallax, oder Drachenkönig Parallax töten. Ja. Aber, ich will jetzt mal woanders hinreißen, so. Wie ging das nochmal? Äh, Ort der Gnade, Kartenmenü, Untergrund. Okay, da hauen wir rein. Hier soll dann das DLC losgehen, aber ich wollte mal gucken, was der Inhaftierte macht. So, und wie ruft man... So trinkt man leise was. So trinkt man leise was. Okay, das kann ich nicht. Ich wollte hier mal gucken, den, den hier, den Haftierter Händler. Ob der neu ist oder nicht. Der ist wahrscheinlich irgendwo unten. Äh. Okay. Wie komme ich hier raus? Oder ist das hier im Fahrstuhl? Im Fahrstuhl wahrscheinlich. Ja. 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 Ok. Das sollte eindeutig meine Waffe ändern. Und umskillen vielleicht noch? Das war eigentlich nicht das, wie ich sonst immer gespielt habe. Ja, das wird richtig schön. Ok. 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 die man auswählen konnte. Hallo. Tafel der Gnade. Shhh. Tafel der Gnade. Tafel der Gnade. Tafel der Gnade. Ok, krieg's Asche. Tafel der Gnade. Um, zurück dreh aqui. Iиваем sie biofilmer. Dein Zeichen. Dem часто mansoams anmel bicycle exit. Imini commercially Tom Niech. W fella, wo simpen sienen. J ORSTEL STAYER PISTON Bakermen Oh. Was habe ich denn gespielt? Ich habe das seit Ewigkeit nicht mehr gespielt und bin gerade wieder am durchgucken, was ich damals eingesetzt hatte, wie ich gespielt habe. Ich weiß das noch nicht mehr. Ich habe das noch nicht mehr gespielt. 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 Wie könnte man nochmal seine Talente zurücksetzen? Ich habe das noch nicht mehr gespielt. Ich habe das noch nicht mehr gespielt. Ich habe das noch nicht mehr gespielt. Hä, ist wohl nicht so laut? Das ist so laut, bin ich eigentlich gar nicht. Warte, ey, das hält sich hier eigentlich alles im Rahmen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so laut, Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das tut mir leid. 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 Also, wenn zwei Meter neben mir da so ein Typ lauert. Oh, das tut mir leid. Oh, das tut mir leid. Oh, das tut mir leid. Okay, das ist echt nervig. Okay, also erstmal dahin und dahin. Yo. Wow. Ja, das kann gut sein. Oh, ich bin gerade echt hart am überlegen, ob ich Elendwing neu anfange. Oh, ich bin gerade echt hart. Ich weiß auch nicht, ob ich einfach nur die falsche Waffe habe. Ich weiß nicht, ob ich die falsche Waffe habe. Ich weiß nicht, ob ich die falsche Waffe habe. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich die falsche Waffe habe. Okay. Hey, ich muss mich erstmal voll wieder an das Spiel gewöhnen. Ich weiß nicht, ob ich die falsche Waffe habe. Okay. Nee, Elendwing kannst du glaube ich nicht zu zweit spielen. Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube nicht. Du kannst nur Invasions betreiben. Und dann zugesehen bei anderen mit ins Spiel rein. Okay, schwer gesprungener Topf. Ich weiß nicht, ob ich die falsche Waffe habe. Ich weiß nicht, ob ich die falsche Waffe habe. Okay, wo Fleischpilz. Und dann kommen wir auch schon øyen drauf. Und dann kommen wir uns. Okay, ich weiß nicht, ob ich die falsche Waffe habe. Das ist glaube ich. Das ist eine Gelegenheit. Das ist, was ich erzähle jetzt hier? Ja, ich weiß nicht. Das ist das lege ist. Ach so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich ist. Du bist ein paar Mal. Wie ist nicht? Das ist das alles. Ich weiß nicht, dass du dich. Ich weiß nicht. Es fühle dich nicht. Aber das ist das, was ich deutlich. Ich habe zum Teil den Eindruck, als ob das ein bisschen am Lagen ist. Ich kann nicht genau sagen, was das ist. Ich kann nicht genau sagen, was das ist. Ich kann nicht genau sagen, was das ist. Ich glaube, ich habe komplett umgeskillt zu dem, wie ich vorher gespielt habe. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob das alles so ganz sinnvoll ist. Oder nicht. Ich kann nicht genau sagen, was das ist. Ich kann nicht genau sagen, was das ist. Ja, aber das ist mein erstes Safe Game. Und bis zu dem Add-on dauert es dann ja halt noch ewig und drei Tage. Ich glaube, das ist einfacher, wenn ich jetzt erstmal eine Zeit lang spiele und dann nach und nach reinkomme. Ich mache es dann eine Zeit lang spiele. Ja. Joa, genau. So, ist das jetzt ne Fallentruhe? Ne, ist es nicht. Klinge der Gnade. Ja, ich hab jetzt den Weg. Guck. 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 Äh, und wo ist das jetzt gelandet? Ja, und wo ist das gelandet? Äh, ist doch jetzt verarscher. Äh, die Hochzeit war super. Die hat im Garten stattgefunden, in so einem riesengroßen Teil, was echt geil war. Äh, das Problem war nur, es hat mega die Sonne geschienen. Was an sich ja mega gut ist. Ich habe nur, äh, überall Sonnenbrand. Was, das ist ein bisschen nervig, aber hält sich auch noch im Grenzen. Und ja, aber sonst mega geil gewesen. Das Einzige war halt wirklich, deswegen habe ich gestern zum Beispiel dann doch nicht mehr gestreamt. Ähm, ich war um, ich glaube 19 Uhr zu Hause. Und komplett müde und durch. Und da habe ich mir nur was zu essen gemacht und bin ins Bett gegangen. Okay. Oh, das ist eigentlich doch... Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Oh. Oh, das ist eigentlich doch so. Okay. 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 Öffnen. Gut. Oh. 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 Okidoki. Okidoki. Das war wohl nicht die beste Entscheidung. Westliches namenloses Mausoleum. Yuck, no. Ja. Ja. Was sagen dann die Zeit für Tapferkeit? Schwacher Fein voraus. Der hat ne Minigun. Der hat auch noch einen Moonlight. Ja und ich stell mich auch noch ziemlich blöd an. Muss man auch noch dazu sagen. Also der macht nicht nur Aua, der macht auch noch... Äh. Da bin ich auch noch in my world. Und ich bin richtig... Also ich bin nicht gut in solchen Spielen. Und deswegen habe ich 200 Stunden in Elden Ring und das ist noch nicht mal durchgespielt. Joa. Äh. Doch, aber ich glaube darauf habe ich nicht geskillt. Also ich glaube damit kann ich da überhaupt nichts anfangen. Ich bin nicht so. Ich bin doch auch noch ein Mal. Ich bin doch auch noch nicht drauf. Ah! Ich bin doch auch noch ein Schmerzgerät. Ich bin doch auch noch ein Schmerzgerät. Aber ich bin doch nicht an dieser Schmerz. Ah, ich habe noch was vergessen. Oh, das erklärt, glaube ich, alles. Moment, ich muss einmal eben gucken. So, weil irgendwie gibt es seit neuestem, das habe ich heute gelesen. Elden Ring. V-Z. Deaktivieren. Cloud Frame Drops, ja, das habe ich. V-Z. 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 wir uns aus, oder? Adaptiv übernehmen. So, jetzt muss ich Elden Ring einmal neu starten. Weil Elden Ring aktuell nicht mehr so gut optimiert ist. Und der den der hat einen harten Input Lag. Also ich hab den Knopf schon losgelassen, bevor der die Rolle macht. So als Beispiel. Und dann wähle ich das Schild aus und das ist halt nicht schnell genug. So, und dann machen wir hier nochmal eben Experience und Elden Ring und Optimium einmal. So, außer Das stellen wir kleiner. Äh, ja, das ist ja das Beste überhaupt. dass das, äh, äh, dingstens, äh, dass das DLC zu schwer ist und deswegen sich Leute beschweren. Und das finde ich so gut. Mal gucken, wie sehr es schlimm wird. Wieso soll ich, äh, Experience runterschmeißen? Äh, das ist, äh, Untertitelung des ZDF, 2020 Also bei mir funktioniert das super. Okay, die Waffe war nicht gut. 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 Ja, gleich sehen wir. Dankeschön. Sehr nett von dir. Ja, gerne. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, dann gucken wir uns jetzt erstmal was anderes an. Das bringt ja nichts, wenn ich hier draufgehe und ich weiß, was ich hier überhaupt tue. Das war's für heute. Oh, fuck. Das war's für heute. Das war's für heute. So. So. Hier muss ich anscheinend... Oh. Ja. Wenn nicht sogar bessere Waffen und sowas alles. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Hier lasse ich das Fleisch holen des Körpers. Das Gardou-Bomen-Fragment findet man am Reich der Schatten überall. Konsumiere sie an Orten der Gnade um eure Segen zu verstärken. Der Segen des Gardou-Baums steigert die Fähigkeit des Empfängers Schaden zu verursachen und zu widerstehen. Hat aber außerhalb des Reiches... Okay. Segen des Schattenreiches. Die Fähigkeit des Schattenreiches. Die Fähigkeit des Schattenreiches. Okay, eins ist da drin und eins ist über die Brücke rüber Okay, viel Spaß So, oh, haben wir uns schon gefunden So, oh, 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 oh You must be the Tarnished I am Ansbach Goodbye Okay, dann So, was habe ich jetzt erhalten Oh Okay So D.L.C. So, oh, 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 oh Gucken wir mal nach Builds Damage Types Damage Types Damage Types Damage Types Damage Types Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Willkommen zurück. Ich versuche gerade auszufinden, wie ich mich zurücksetzen kann. Und? Ah. So. 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 Und? Ich gucke mir gerade ein Bildguide an. Für das Geld, den ich haben will. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So. Nice. Habe ich, äh, ich glaube ich habe sieben. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Ja, da hast du recht. 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 Okay. Geisterasche erhalten. Vor allem wahrscheinlich etwas. Okay. So, was haben wir hier? Okay. 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 Oh Okay Voraus schwacher Feind Wahrscheinlich So Links, okay Schwarze Feuerfeilter Und voraus Ah, ich bin jetzt in der Stadt Okay Bellew Turmsiedlung Hey Okay Ich habe eine Gnade Holy Hm Licht von dieser Seite zu öffnen. Die ganzen Nachrichten hier sind echt verarsche. Okay, nicht öffnenbar. Okay. 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 Ja, ich weiß halt nicht, ob ich hier eher mit so einem Trümmerbild rein sollte, wo ich ein bisschen mehr auf die Fresse bekommen kann, bevor ich sowas spiele. Ja, auf Heise hatten das ganz viele geschrieben, dass nicht nur auf Heise, sondern auch auf anderen Plattformen, dass das Spiel echt sehr schwer ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Fresse bekomme. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Fresse bekomme. Und ich muss mal langsam das Spiel wieder lernen, das kommt natürlich noch dazu. Harzknoten. Lügner voraus, Lügner voraus. Lügner voraus. Preise, Mist, okay. Wertvolles Objekt voraus, aber das sieht hier so hart nach Hinterhalt aus. Okay, einfach nur random the corner. Oh. 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 Und hier gehts runter in ne Kanalisation. Ich weiß ja nicht, ob ich da runter will. Hm. Nee. Holy. Okay. Hier ist auch nichts. Also ich habe heute Nachmittag übrigens noch ein bisschen Minecraft gespielt und eigentlich nur die ganze Automatisation von Bloodmagic gemacht, heißt einen ganzen Haufen Sachen hergestellt und gewartet, dass sie durchlaufen und das ist immer noch nicht fertig. Okay. So. 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 Silberhorn? Tja, das war's. 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 Okay. Tja, das war's. 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 Vielen Dank. 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 Was war das? Green Turtle? Green Turtle? Ah. So, Okay. 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 Oh Gott, mein Beileid. Alter, Zuschauer, was ist das für eine Willkommensansage? Ja, es sind gerade alle unter die Bienenzüchter gegangen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Äh, ja. Leider. Okay, das wollte ich nicht. Aber die bringen richtig was, oder? Na ja, pack die erstmal mit Productive, äh, bis zum geht nicht mehr voll. Ja, da musst du hin. Okay. Was ist das? Das war's für heute. Ja und dann musst du deine Bottle of Time auf die Hives draufpacken. Dann solltest du eigentlich schnell genug genügend vollkriegen für die großen Upgrades. Das war's für heute. Was läuft denn nicht so pralle? Das war's für heute. Ach, die haben sich umgedreht, die Schweine. Das war's für heute. Oh, Gott sei Dank. Okay, hast du die Waben... Oh Gott. Die Bienen denn schon genetisch manipuliert? Das sieht nach Bosskampf aus. Ah, okay. Ja, das könnte natürlich auch eine sehr große Rolle spielen dann, ne? Oh. Dunkelstein. Dunkelstein. Nice. Nice. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. 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 Das ist schon wieder völlig bescheuert. Okay. Wie kommt man denn aus sowas? Hornkriegerhelm. Okay. 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 Nein, ich will da nicht runterspringen. Hast du es denn schon gespielt? Ich will da nicht runterspringen. Ich will da nicht runterspringen. Oh Gott. Faden? Faden? Ja, ja. Der Cock der gehörende. Oh Gott. Also Manni, wie ist... Wie ist das Spiel? Einfach nur funny oder auch vernünftig, sag ich jetzt mal? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich stelle mir das vor wie so'n Fiebertraum. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schuss. Oh Gott. that's not exposure. Schlüssel zum Brunnen Boden. Mhm. Öhhh hello. Man wird von Lebkuchen Männern angegriffen. Kacke. Aber so wie ich gelesen habe, gibt es noch kein Multiplayer, ne? Erst links? Oh, ja. Erst links. Okay, ein Aufzug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie kommt man denn nur auf solche Ideen? Kannst du mir das erklären? Uh. Ja, und am Ende leidest du dann an Diabetes und kannst dann in dem Spiel nicht mehr laufen, weil dir die Füße abfoulen. Okay. Okay. Oh, mein Gott. Äh, okay. Ich dachte, der würde mich jetzt zusammenfalten. Oh. Knochenbogen. Okay, da komme ich anscheinend nicht hoch. Oh. Die ersten Schritte funktionieren ähnlich zu Sartis. Eine dunkle gemeine Szene ist das... Ah, okay. Zuschauer. Ähm. Ja, das sieht halt so hart nach einer Kopie aus. Also da kann ich verstehen, dass das äh, der Anfang wahrscheinlich sogar relativ gleich ist. aber trotzdem... dass man auf so eine Idee kommt alleine. Das finde ich schon lustig. Pöder voraus. also... Oh. Ich habe gegen Fliegen gekämpft. Okay. Rumversuchen. Rumversuchen. Ah. Betrockneter Blumenstrauß. Oh. Ehh. Oh, die schießen mit Säure. 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 Ah. Oh, die schießen mit Säure. Oh, die schießen mit Säure. Oh, die schießen mit Säure. Wow Kommt der hier durch? Gott sei Dank Oh das war ein Fehler Ja Okay. Wieso höre ich den noch dran? Oh Gott, der läuft da hinten lang. Oh Gott, der läuft da hinten lang. Oh Gott, der läuft. Okay, jetzt sind wir hier oben. Wow. Okay. 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 Our Sculptor Keepers, and perched within, we beg of Thee, rise. Dancer, cavort, cleanser, and the milk, cruelty, woe, and those who plague the tower. Cleanse away the Stompets' fire. The fuck? The fuck? Haaaah! Yay, ich hab's weit geschafft. Ach, war das Kacke. Jaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! The fuck, was soll man denn da machen? The fuck, was soll man denn da machen? Okay. 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 Ich war ja der Hoffnung, dass der die irgendwie ablenkt oder so, aber das war ja mal hinten und vorne nix. Das war's für mich. Ja, ne, ist ungar. Okay, versuchen wir was anderes. Okay. 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 Oops. Wie baue ich denn einen Death-Counter? Gucken wir doch mal ins Stream-Element rein. Gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel ist. Gucken wir doch mal. Ja. Gucken wir doch mal. 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 So. Mal sehen wie lange das dauert. Das war falsch. Wir sollten ja irgendwie bei 17 sein oder sowas, ne? Nehmen wir noch ein paar mehr. Funktioniert das? Ich gucke jetzt gerade im Studio. Ja, das sieht gut aus. 25, ne? Sollte passen, passen, nicht passen. Sollte passen. Sollte passen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Yo! Ey! Und ja... Ja, ill my time 2. I will kill you. Look at all of that. You're going to kill yourself. I'm going to kill you. You need to kill you. Using the enemy. I need to kill you. You're going to kill me. Was ist das? Das war's für heute. Ah! Das war's für heute. Das ist unser kleines Wettbewerb. So mehr trafics mit dem Foragerbrood, his brethren, who collect supplies from all corners of the land. No doubt they find inspiration in his many virtues. These are not your foes tarnished. Should you spot any Foragerbrood, be sure to mind your manners. Righteous Tar... Well... I am much obliged. As suspected, Kindly Mikkela has visited the lands which hold the tower and appears intent on holy dispossessing, he must be seeking entrance to the tower of Shad... Righteous... Welcome. I, for you, things... Goodbye. Kann ich das upgraden? ... 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 Vielen Dank. 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 So, da bin ich wieder. Oh, Gott. Okay. 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 So, okay. So, okay. So, okay. Oh, okay. Oh, okay. 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 So, okay. 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 So, okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So müsste der wieder richtig sein, oder? Ja 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 Oh! 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 Okay. Warte. 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 Das war's für heute. 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 Okay, das war... Ja, mal richtig... Doom. Das war's für heute. Das war's für heute. Hmm. Das war's für heute. 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 Oh, 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 das war's für heute. So, ich glaube, ich wechsle mal das Spiel. Das wird langsam echt so. Oder? Dann können wir erst mal weiter. Ich glaube, wir auch können weiter. So. 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 Okay. Was ist das? Okay, I keep this here open for a grace. Oh. Mess mal Soldatenhelm. Segen von Marika? Cool. Oh holy, was ist das denn? Hilfe. Ich will doch nicht sterben. Hm. Ich will doch nicht sterben. Nice, das ist ein Baumfragment. Oh. Oh. Oh, schwarzer Großstahlhammer. Nice. Oh. 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 Oh 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 Ich dachte da wär vielleicht was Oh 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 Okay, da geht's nicht lang. Okay, da geht's nicht lang. Okay, da geht's. Okay, da geht's nicht lang. Gucken wir hier mal. Also hier kommen wir ja her. Okay. 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 Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Was zur Hölle. Das war's. 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 Oh, ein Bild. Das war's. Nice. Oh, hab's. Das war's. 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 Okay. Das war's. Mal gucken, Das war's. 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 Oh, es hat's. Das war's. 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 Was? Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Alter. Das war's. 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 Okay, cool. Das war's. 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 Okay. Okay, ich muss. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Oh. Das war's. things. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 So. Das war's. Das war's. Oops. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Und so. Das war's. Das war's. Und so. Das war's. 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 Was ist. Das war's. 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 Bus. Das war's. 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 war's. Das ist. Das ist. Das war's. Okay. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Nochmal next level. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Inward. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Yeah. Das war's. Okay. Hey. Okay. 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 Uff, der hat keine Energie mehr. Wie hieß das nochmal? Point. Wir brauchen Pipes. A wrench. A Punkt. Wir brauchen hier. Wir brauchen hier, weil wir machen. Wann in die Übung? Wir brauchen hier. Wir brauchen hier. Wir brauchen hier unter. Wir brauchen hier. Wir brauchen hier. Hier wird ein paar Mal. Wir brauchen hier. Amen. Amen. Eis. So. Artscoloration Cards. Reduction Cards? Ne. Da. Haben wir. Das brauchen wir noch. Ok. Super. So. Was brauchen wir jetzt für die Scriber 6 Missing. So. 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 Fangen wir hier an. Crafter. Ok. Ok. So. 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 Wie geht das? Ich hoffe es. Oh lol. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Und der? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Untertitelung des ZDF, 2020 Cool. Cool. Dann wird das ja doch relativ einfach alles. Cool. 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 dann habe ich meine Gewerbesteuernummer. Und dann kann ich die hier reinpacken. Ja, nee, nicht ernst, sondern wieso? Dann kann ich ein paar mehr Features von wie heißt das gleich noch? Von Twitch benutzen, auf die Scharf bin. Und ja, nee, das braucht ihr nicht. Also dafür wird sowas nicht gemacht, sondern ja, ich kann dann neue Features benutzen. Das ist viel wichtiger. Sowas aktuell weiß ich gar nicht, ob das möglich ist. Das Enhance Broadcasting. Auf jeden Fall kann ich dann meine Bitrate noch weiter erhöhen und vielleicht sogar auf 4k streamen, wenn ich die Technik dafür habe. Dafür würde ich dann zum Beispiel Geld ausgeben. Dass man dann hier so 4k Streaming oder sowas machen könnte. Oder 2k. Besser gesagt, 4k kriege ich meinen PC nicht hin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Funktioniert das? Untertitelung des ZDF, 2020 Funktioniert das? Untertitelung des ZDF, 2020 So, wenn ich die jetzt herstellen will, eine, dann fehlen mir noch... Accommodation... Okay... Ja, den Teppich habe ich hier ausgelegt nicht im Spiel... Ja, aktuell habe ich eine 4060 im Streaming-Rechner und die Tuka teilt mit... Okay, aktuell 61% Lastru... Also auch nicht so wahnsinnig viel... Das müsste man also mal ausprobieren... Sonst geht es halt... Sonst geht es halt nach und nach immer weiter, ne... Ähm... Wie das halt läuft, sag ich jetzt mal... Wie das halt läuft, sag ich jetzt mal... So... Das brauchen wir mit Dispo... So... 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 Ähm... Das funktioniert auch nicht so gut, weil... Der CPU da... Zwischenhauen könnte... Weswegen... Man dann eigentlich eher... Einen zweiten PC baut und da eine etwas schlechtere Karte einbaut... So... Oh... So... Untertitelung des ZDF, 2020 So, das kann die... 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 So, das kann... So... So, das kann die... So, das kann... 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 Ah. Oh. Oh. So. Oh. 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 Das war's für heute. Okay, dann machen wir das hier mal ein bisschen übertrieben. Okay, dann noch 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 ein bisschen übertrieben. Okay. Okay. So. 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 So, der funktioniert auch. Jetzt brauchen wir nur Singularität. So. 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 Ja, ich glaube, das ist ganz normal. Ja, das dauert jetzt. Dann hier in Scriber. So, dafür brauchen wir eine einzige. Singularität, dann können wir iron blöcken, reichstück, verfehle ihr Felti. Die Hälfte, obwohl, warte mal. Schauti. Schauti. Ja, so geht's schnell. Ich habe jetzt gerade die Bottle of Time angewendet und die beschleunigt alles. Die spart dir echte Lebenszeit an und die kannst du dann später einsetzen. Das heißt zum Beispiel, wenn du vier Stunden gespielt hast, dann spart die vier zusätzliche Stunden an. Und, äh, gib das dann weiter. Also dann kannst du Sachen beschleunigen. Gleich ist es soweit. Äh, ja, auf jeden Fall. Besonders wenn du halt irgendwas mal schnell eben beenden willst. Und dann halt Senko. Okay. Oh. Kein G dran. In Scriber. Nice. So, das war der hier, oder? Okay. 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 Ja, und jetzt läuft halt gerade ein Massenauftrag. Das könnte sonst alles per Hand laufen, aber ich habe das jetzt hier über die Maschinen in den Skin laufen und die machen das dann jetzt halt in der Nacht. Produzieren die das alles weg und morgen früh habe ich das dann soweit fertig. Dann haben wir hiervon abgeschlossen den hier und wir brauchen, oh Gott. Und jetzt kommt das mal auf. Okay. Wireless Univorsal Crafting. Das war doch richtig, ne? Wireless Univorsal Crafting. Hey. Was brauche ich hier? Wireless Universal Term. Wireless 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 Term. Ah, okay. Wireless Term. 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 entspannten Abend und eine gute Nacht und dann Dankeschön, das freut mich sehr dann hört man sich auf jeden Fall die Tage wieder überhaupt kein Problem und dir dann noch eine gute Nacht erhol dich gut und ja schlaf gut, würde ich sagen und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ähm, genau also, hau uns rein Dankeschön und dann bestände, auf Wiedersehen, bis Brokkoli auf Tschüsseldorf Ciao